Weil ich einfach helfen will. Es ist schlimmer, als ich dachte. Er atmet nicht mehr. Diesmal sind Sie echt zu weit gegangen. Verdammt. Es ist gut, das Richtige zu tun. Ich hoffe, wir sind nicht zu spät. Er lebt. Allein in Deutschland werden jeden Tag Bodenflächen in einer Größe von 44 Fußballfeldern versetzt. Du verbrauchst mehr, als du denkst. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's.